heute zusammen herzlich willkommen zu einer neuen und tdd zusammen mit dalu buch maxi buch nilz buch topen buch und nach den letzten nennen wir nicht lauli wir haben mehr aufnahmen zusammen nämlich jetzt nur sagen denn wir haben mehr aufnahmen ich kann dich theoretisch jederzeit einfach auch nicht vorstellen bei meinen sachen feige bei mir warum das ja immer noch bei louis nennen und nicht es ist halt dein name erscheint vor der abend am anfang das geht ja das ist ja hier im frei der beliebte entertainer der schein von den metallsachen fehlt das heißt ich habe nur eine 50 ich habe keine das hat mir letzte folge gar nicht gut das ist ein kristall wurde zerstören ich wollte das wollte ich machen ich habe da her wo mein kristall war das ist doch sehr schön danke ich habe nicht verstanden die rechts jetzt also in die rechts ja jetzt schießt man doch was ich habe ihn weg jetzt ja ich habe ihn gelogen ja auf pain schießend der gerade von den leuten angeschossen wurde so wie einer der stadt spielt ist das eine gute distanz zum leben das ist schon ein kräftiges das ist bitte machen danke wo ist denn hier der bummerang der muss da du kommst du mit in die dusche ja Das ist dein Ernst, das hat nicht geklappt? Na klar hat das nicht geklappt. Like a fish in a barrel. Oh, er hat ein Messer! Ja! So viel zu richtigen Öffstand, ey. Lass mich, ich will die Waffe. Ich hab sie. Juhu! Ey, der hat ja alles angezündet. Das war Notwehr. Ja, by the way. Könntest du aufhören auf mich zu schießen? Ja, mach ihn fertig. Nee. Wie so eine Makrele ist er unterwegs, ey. Er ist draußen! Ich mach die Tür jetzt zu, sonst ist hier nachher wieder Body. Sowieso gleich Party. Bin ich auch voll und ganz dafür, dass hier gleich Party ist. Irgendeiner von euch hier noch in der Nähe. Vielleicht wo in der Nähe? Hinter dir, in der Tür rein, da ist Items. Ja, dann machen wir ihn fertig. Oder haben wir was mit Maro noch zu tun? Keine Ahnung, was Maro macht. Ich glaub, dafür hat er den Peacekeeper noch gemacht. Jetzt ist er wieder hinten raus! Hör doch rum zu flutschen! Der Peacekeeper kam von Items. Ey! Da hat er dunkel gemacht. Er ist draußen wieder. Wieder reingesprungen. Ah, das tut weh! Er hat nämlich nicht wieder reingesprungen, weil er nichts sehen konnte. Nimm das, das meins. Dumpen klein. Alter, ich bin nervig. Können wir den einfach umbringen, bitte? In real life! Ich arbeite hier mit erschwerten Bedingungen mit der Maus. Ah! Er ist fast tot! Was geht jetzt ab? Warte, in welche Tür ist er reingegangen? Ist er hinter euch, oder nicht? Man sieht ja niemanden hier in den ganzen... Er ist draußen in den anderen Ausgang, gerade ist der Treppe hochgelaufen. Also, unter euch ist der Sauna, ist er jetzt. Jetzt ist er hinten in die Treppe hochgelaufen. Das richtig. Ich komme jetzt bei dir oben raus, Nils. Über den Nils. Jetzt weiß ich schon mal, dass Nils hier kommt, okay? Links dann. Hi! Nach unten. Oh! Warte, das war gar... Hä? Haru! Lebt Items jetzt noch? Ich... Ich habe gerade... Ja, okay. Ich weiß es nicht. Der liegt da unten in der Leiche, aber ich weiß, ob das Items ist. Ja, und du warst mit Baluji? Der hat schon eh wenigstens mal geredet. Aber ich bin auf jeden Fall Indon, dann bist du ja böse. Aber wo wollen wir uns jetzt treffen? Wo bist du denn? Ah, wird das wieder so ne 10 Minuten? Jawoll, Nils! Ich dachte echt, du machst mich zum Sidekick-Items. Das war ja lame. Ich habe Tautau zum Sidekick geschossen, nur leider war Tautau 5 Meter daneben. Und du hast den Klassiker gemacht, Items. Ich hätte stehen bleiben sollen, aber ich habe mir nicht getraut. Hätte das auch T sein können. Der High-Noon funktioniert als Chester nicht. Ach, stimmt! Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aus meiner Sicht aus, als ob ich den P's guter als Chester kaufe. Ich gehe mit dir ins Deck und denke mal, pass, Chester macht das nicht, weil er funktioniert ja nicht. Und dann, äh, haponiert er mich. Er hat dich haponiert? Keine Werbung. War ein Backstep, aber... Was hab ich jetzt für ne Werbung gemacht? Bei McFly hatte ich Glück, dass der Ball wieder zurückgekommen ist. Vor allem hebt ihn noch 10 Sekunden nach vorne noch geheilt, du Arsch! Ja, sorry. Hey! Was mich zweimal gehalten hat. Man sollte die Leute nicht heilen mit Nebula. Würde ihm gar nicht leiden. Das sind immer böse. Ja, genau. Den, den du mit Nebula heilst, ist meistens der Traitor dich umbringt. Ja, einmal hab ich den Tee noch weggeheilt, ja. Und da ist er auch nicht rauskommt. Man meint ja immer noch gut. Ist das ein Gegenschuss, Payne? Ja, die Baderegeln sind jetzt Sidekick. Traitor, Shotgun. Ist nicht mehr gelogen, hier ist ein Schuss, doch. I'm a traitor with a shotgun. Da oben im zweiten Raum ist einer. Warte, 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 ist das der Traitor-Raum? B-Wort. Ist das wirklich der Traitor-Raum? Baderegeln. Ah. Ist das wirklich der Traitor-Raum? Komm, bin bei dir. Dalu, ist das wirklich der Traitor-Raum? Ja, das ist ein Traitor-Raum. Okay, dann geh ich wieder raus, ja. Ich bin als Hunter reingesprungen, deswegen. Ich wusste das nicht. Ich dachte mir so, hey, warum ist da unten Gitter? Hat er gesagt, Nils, hast du die Baderegeln schon gesehen? Ich hätt's halt wieder, ich hätt's wieder verpeilt, aber... Schön, dass er wenigstens noch gemacht wird. Wenigstens andere Leute sich trauen. No. Oh Gott, ist explodiert. No. Jetzt hab ich 5 Leben verloren. Alter, hab ich 5 Leben verloren. Oh Mist, ich hab ein Schrott mit ohne Gewissen. Ich bin verfolgt. Ein Katze will vom Baum sterben. Hallo. Baut er rutscht? Mhm. Er will da nach oben. Ja. Natürlich. Oh Gott, zu kurz gesprungen. Maxi schießt nicht. Auf was? Ich weiß nicht was. Nein, Maxi. Ich bin im Wasser. Irgendwie hab ich ne Bärenfalle. Nein, ich bin im Wasser. Nein, 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 nein. Blauli ist in der Barrierenfalle. Ja, gegenheilen. Nebula. Ja, ne, ich hab nebula gemacht. Ich hab nebula gemacht. Versuch dich zu bewegen. Nein, das Blauli. Ich hab Nebula gedroppt. Holy shit. Das ist auch aber ne Wereld. Ja, das wär gesagt. Man hatt's halt gehört. Aber wo ist er hingefetzt? Ist er denn mit wieder belebt worden? Einer ist auch außens�염 Hip졌. Was rk macht das ja? Warte meine Punkte. verstecken und die leichen jetzt verstecken schön kisten hier in die ecke machen noch dahin wir vier wissen wo die sind ja wahrscheinlich wegen den wegen der bärenfalle geht die tür nicht mehr zu wenn er die eingesammelt dies weg gerade eben ist die verschwunden hallo abgeknallt der pain noch es ist alles gut hier drin scheint noch nicht konfirmt zu sein okay jetzt ist der anfang sicher bist du dir sehr sicher frage ist in einer von euch noch anbauen ist damit ich keine abschließung bis zu zweit so was passiert denn jetzt nun wieder an deinem lieblings spot nein bin ganz weit entfernt frage ist warum arbeitet ihr zusammen oder hast du denn jetzt schon abgeschossen ja toll ich hab gestackt ja aber der ist und sterblich oder was so schießt er gar nicht die shotgun ist verpackt weil ich ich habe doppelt ja du kannst die animation nicht richtig machen okay kann ich connect oder nicht weiß man nicht also wenn du kannst du es versuchen ist politisch also krögerlich was da können nicht laufen noch zehn minuten okay vermisst ich schon ganz arg das war so gut ich habe die bärenfalle aufgehoben als pain drüber gelaufen ist so oh ist aber verschwunden pain und dann war tauto richtig aggro und dann hat er dich gehabt das wäre echt fies leider habe ich tauto gekillt bevor er dich hatte du hast leider nur überlebt du hast leider überlebt sagt man auch viel zu selten ich habe gehofft dass tauto erst pain geht warte ich habe meinen autotacker achso ich habe mein eigens gerät hey ich wurde eingefriert ich habe keinen fallschaden bekommen sie kriegt keinen fallschaden eigentlich nicht mehr du hast doch so ein symbol links oder nicht was das für ein cooles lied risky business leise füttel der schnee und der der den witz gemacht hat war nils das ist übrigens ey komm das kennen wir ja wohl nils nix das kennen wir aber so schnell zu schalten du musst Tee sein du musst Tee sein du musst Tee sein du musst Tee sein den hat sich Nils glaube ich schon seit Monaten zusammengelegt ne 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 das Ding war zu smooth da brauche ich überhaupt noch etwas zu überlegen das war zu smooth du bist überführt ey 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 hallo 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 in paar sekunden habe ich grad fast vergessen dass ich böse sein könnte du bist immer böse das hat auch gar nicht mit dem Spiel zu tun ich bin rein nein du bist ja eine böse Katze du bist rein das auch chakrotan du fühlst nur 99,9% oder keiner ja ich glaube Balua nicht du lässt nur 1% überrecht um zu sagen die sollen es den anderen erzählen genau ich lasse immer jemand überleben damit er die Geschichte erzählen kann ja Nils bei mir draußen moin nix da hau da oben raus ja man kann als moin äh hallo hallo ja achso du bist einfach von mir aufgefahren ich bin von vorne reingefahren wir sind einfach zu viele Leute ey raus zu viele ich hab jetzt gerade drauf geguckt und wollte mich teleportieren das ging nicht ne ich kann nur einen Trader machen also du kommst aber taust du von mir auf oh ey da habt ihr nichts zu sagen ich hab dann wir können immer noch Nils abballern möchte ich kurz sagen ne könnte als Freizeitaktivität so meinst du ne das ist halt ich hab ihn halt was Sport ey Louis komm gehen wir rutschen ja guck doch ey knall ihn damit ab ey du gehst zu langsam Mann ey ah Dalu ist im Trader Room ja das kann der Dete auch bestätigen okay ah Frost aber was bedeutet das jetzt für uns der Frost ging auf mich mich wollte immer abschneiden ne ich wollte dich eigentlich nur frosten achso dann wolltest du den Dete frosten ich wollte den Dete frosten Nils ist böse oder was komm direkt auf mich zu der Dete hat's confirmed aber Dalu hat das gesagt er auch der Dete hat zuerst gesagt ja dann kommt Geld ausgelegt bei Louis wieviel Euro Geld direkt auf mein Paypal Konto nein also wie ist Maro es passiert Paypal Konto ist bei Louis krass.de haste zeig mir du musst mir ab die Laie zeigen sonst mal weiß ich nix hallo denn ich hab mir also für Tautau habe ich kein Geld gegeben für Nils die 5 Euro ja das sind doch mal da liegen 5 Mücken ey es sind bei Louis und Nils ja das Problem ist ich mach so wenig aufrufe komm mal her bitte wurde von 10 Euro aus so wenig Game of Thrones voller bei Whatsapp gesendet weil ich wirklich gemacht habe da ist Nils da ist Nils Nils komm mal her Nils komm mal warte mal Nils komm mit Teilen auf Hälfte Kost bei Louis Nils Hälfte Hälfte Nils Hälfte Hälfte Lauli du bist böse oder was nein ey Maxi Maxi aua äh ja Nils und Maxi haben gerade zusammen Balui umgebracht ihr confirm den jetzt bitte Maxi schießt auf Katzen ja weil du du siehst zu viel mach den Augen mal zu geht nicht sind zu schön dafür um sie zuzumachen die kann ich nicht aufheben was war Louis denn er hat jemanden abgestochen hier jemand böses also Maxi und Nils sind es okay ein bisschen oh oh Gott ich fall noch runter äh negative time also ich hab Nils getötet ich möchtes nur behaupten ja 5 Euro Nils hat mich auch mit dem Schneeball abgebrochen das einzige Buch was ich wirklich gelesen habe ist Nils ja ich könnte da so viel drüber sagen ja darüber wie man wie leicht man die Fälle vergisst und denen das nicht stimmt gibt es bei dir nicht ja bei dir Huchler ist bei also 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 ja ja äh was denn du willst die Waffe gib mir irgendwas interessantes spannendes äh warte ich zeig dir welcher ich zeig dir welcher meiner mein kristall ist das ist der da ich guck morgen schön du hast jetzt das wissen krieg ich es dafür und dann freue ich mich alle wenn die Folge kommt ist es schon vorbei ich werde angeschossen die bestimmte gelegte baui 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 hr Vendetta-Rette? Nee, doch nicht. Ich hab jetzt nicht gehört, nachdem wir das sagen. Nee, wer ist da überhaupt böse? Keine Ahnung, die Böse sind Böse. Nein, ich bin das nie. Keiner von euch war's. Pain wollte Maru Baluin. Nein, ich wollte eigentlich Baluin. Echt ihr Seiten? Was denn? Hallo. Was denn? Was ist das? Das ist eine Water. Die klingt doch nicht so. Ich hab doch nicht mal geschossen. Können wir allein hier reingehen. Das ist der Ping von dem Killer. Da oben ist auch ein Fass, das kann ich noch. Da ist mit Baluin, aber ich hab nicht geschossen. Halt die Tür zu, ich hole eine Brandgranate, halt zu. Kann das sein, dass die da gerade Leute verbrennen? Baluuui! Nein, 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 oh, ihr Adi, Alter. Wurde der Balui? Was? Öffentliche Verbrennung von Leuten? Da hab ich dabei. Ja, wurde er. Er ist noch drin. Ah, scheiße, ich wollte das anbrennen. Wir werfen einfach Brandgranaten in den Umkleideraum. Das reicht auch schon. Ich nehme an, also Maru ist es auf jeden Fall nicht. Ich bin zumindest kein Schrader. Dalu ist es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob ich riskieren will, wenn ich ehrlich bin. Also Dalu wollte die Brandgranaten wochen, Maru hat mich getötet. Also was hast du gemacht, außer zugeschaut, was dich jetzt sicher macht, oder wie? Ich habe die Plasma in die Kabine getan. Böser Pain. Du hast davor versucht, die Plasma auf mich zu werfen. Das stimmt. Das ist Items. All die Klappe. Anscheinend ist es Items. Ich bin's nicht. Er hat auf mich geschossen und ist dabei gerufen. Ja, warum confirmst du ihn ja nicht? Ja, weil... Ich würde Pain... Ich bin schon zu zweit, ich bin so schneller als du. Wie schnell genug. Golden Eagle vs. Pötchen. Wer gewinnt? Pötchen! Wo ist Maxi? Maxi, ich habe dich überleben lassen. Du wusstest, wo mein Kristall war. Du warst immer nett zu mir. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Er ist doch gut so. Ist Items jetzt der Böse? Ja. Nehm mir. Bist du... Aua! Ich geh weg. Bist du Aua? Maxi ist Aua. Wieso stellst du dich rein und das? Ich dachte, ich wäre Origin. Was? Er hört sich, dass du was meditates. Ja, ich habe es jetzt auch gerade gemerkt. Ich hatte vorhin die Aussage zwischen Meditate und Origin. Ich dachte, ich hätte Origin gewählt. Ich stellst dich rein und das? Easy, ne? Du bist eigentlich eine Nachricht bekommen, weil ich deine DNA genommen habe. Oh Mann, ey. Weiß ich nicht, was hat die denn? Wirst du im Scheld stehen, dass jemand deine DNA gefunden hat. Ach so. Und dann weiß ich, dass du überführt hast. Wieso bin ich denn dadurch automatisch überführt? Weil du hast Nils erschossen. Ich habe durch diese DNA gesehen, dass du Nils erschossen hast. Hä, Nils hat auch... Ja, ja, aber ich habe Nils DNA genommen. Ach so. Ja, aber das kann man... Also daran sieht man, wie ich... Wer ihn getötet hat? Ja. Und du kriegst aber als Töten da auch eine Warnung, dass ich die DNA habe. Das ist alles, was du nicht verschwürst. Reicht ja. Gut, kann sein. Gut, schön. Normalerweise sollte er Nils auch nicht so viel geholfen, weil ihr wart ja eh da und... Ist ja richtig. Wenn du jetzt... Ich kann mich nicht in den Schalterraum fliegen. Du musst das Fenster jetzt aufmachen. Hier, bitte. Danke. Ich komme. Oh. Das ist mir voll, ob das auch passiert. Mann. Hi. Ich bin ja nicht Blink. Hi. Oh, da ist einer Hallo. Wie hat das mit dem Spiel eigentlich gemacht? Hattest du auch mal zu Blink auch oder was? Was? Ich bin mit Hunter hochgesprungen. Hallo. Wie geht's ja? Hallo Tau zu dem Tau. Hallo Nils zu dem Eels. Ich glaube, Nils sind jetzt Schakal und Sidekick. Also ich habe da kein Signalwort gehört. Ich glaube ja, dass Dalu böse ist. Ich habe gesagt, ich bin ja Blink. Ja, du bist auch Blink. So, wie soll ich das jetzt wieder als Signal für Side gelingen? Ich wüsste ja, dass es... Es fängt mit B an. Ja, und? Ja, und mit Blink auch. Banane fängt auch mit B an. Ja, Banane ist auch ein Kotwurst. Banane ist auch ein Kotwurst. Ich habe mir... Ich hatte aber leider keine Idee, sonst hätte ich es tatsächlich simuliert. Und dann wäre ich locker gestorben. Wie man hat die Türstuhl gemacht nach außen? Das ist sehr frech. In der Tür. Das macht aber nur jemand, der keine Ahnung hat, was sie machen. Weil ansonsten ist das Feuer drin, der Huss-Akka-Abaloui. Ja, sowieso. Der Payne schießt die ganze Zeit mit seiner Pistole. Ich gucke mal, ich komme mal gar nicht. Ich bin ja, ich bin einfach rausgegangen und habe mich wieder reingegangen. Ist das verboten? Ja. Ich tue mal noch eine bessere Abo. Wer schießt? Ich schießt auf mich. Ja, ich schießt auf mich. Balu, Balu, Balu. Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Und item ist der Letzte. Ich glaube, die Person, die rausgerannt ist, Dalu. Ja, ich bin gerade von draußen gekommen. Maxi. Deswegen habe ich ja gefragt. Kann es sein, dass du daran beteiligt bist, dass er hier getötet wurde? Balu? Nein. Sicher? 100% ist es Items. Was? Ja, stimmt. Okay, er wurde von Balu. Ich bin gerade draußen nach Tautau. Aber. Bist du denn? Ja, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person, die rausgerannt ist, die verschossen. Ja, ich bin hinterhergelaufen, natürlich. Du hast immer die größten Camper-Spots auf der Mappe. Alter, er hat items noch gecallt. Items schießt auf mich und Balu auch. Der call ist ja 100% clean. Der muss hier hinten sein. Der muss hier hinten sein. Stimmt. Ich definiere hier. Hat der Balu eine Schroffel oder hat der Balu eine Sniper? Das war super getroffen. Weil ich glaube, der Autosniper... Michael Stein wurde zerstört vorne im Eingangsbereich. Eingangsbereich? Ja. Also was, diesmal ist der Katze. Hier hinten. Das bin ich. Oh, Alter, ich wollte dich gerade fertig machen. Da kann man sich auch immer in den Ecken verstecken hier. Items, bist du ein Bursch? Wir können testen, ob Items noch lebt. Katze, Miao einmal. Aber jetzt macht der Hardcore. Wir haben eine große Lasagne und niemandem zum Teilen. Das fällt ihm schwer, ey. Dann wirst du die wohl wegschmeißen. Tut mir leid. Wer macht das, wenn er darf? Er ist tot. Er ist weg. Es ist misslich in die Kabinen. Oh, wir sind in den zweiten Raum. Immer noch so ein bisschen Dalu im Verdacht. Da ist gerade jemand rausgegangen, der da nicht rausgehen sollte. Und das hätte auch Dalu sein können. Dalu lebt doch. Dalu lebt. Ja, wissen wir. Aber okay. Ja, der ballert hier auch mit seiner Primärwaffe rum. Bane, du lebst nicht mehr, oder? Doch, ich habe ihn nicht gekillt. Ich habe Chaos gemacht. Er macht ihn immer Chaos. Power, das ist nicht fair. Ist er oben im Traderraum, oder was? Weiß es nicht. Wee. Irgendwo auf einer erhöhten Position. Ja, ich glaube, im Traderraum ist er. Gucken. Ich habe jedenfalls eine Leiche. Er ist rechts. Hey, Alter. Ist ein bisschen über die. Und ruf das einfach so rein. Warum beschießen sie die beiden? Die sind beide böse. Wer denn? Wer denn? Niels und Dahl. Hä? Hä? Also, ich war gerade Niels im Bad, wo du es mal unterwegs. Aber gut. Nee, ist es Däten. Warum soll ich auf ihn schießen? Vor allem, wenn wir einfach beide gleichzeitig hergesagt haben. Man. Pell schießt auch noch rum hier. Pell schießt auf mich. Der Baum sagt einfach nicht, wo du bist. Kann er nicht, weil er wiederbelebt wurde. Von einer richtig krassen Maschine. Oh, Mann. Der hat als Geiser. Ich stehe vor zwei zerstörten Kristallen. Dahl läuft da rum. Ich weiß, dass Dahl nur böse ist. Zweikampf mit ihm. Er tötet mich. Ich werde nie gefunden. Das ist halt so. Der hat Pakti sehr überzeugt gerufen Items. War es ja auch. Ich war ja auch als Items verkleidet. Ja, deswegen. Wenn euch die Runde gefasst habt. Schauen wir mal ein paar Weißer was. Gut, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.